Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Wandertour durch die Leichtaler Alpen. Wir machen eine Mehrtagestour, die vom Wanderparkplatz Boden über die Hanauerhütte und die östliche Dremelscharte bis zur Steinseehütte führt. Der Rückweg zum Parkplatz führt uns über die westliche Dremelscharte. Im ersten Teil haben wir einen Stopp am Aachensee eingelegt und der Hanauer Klettersteig hat uns schon mal auf die bevorstehenden Etappen physisch und mental vorbereitet. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt, verlinke ich für euch das Video in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil. Ich hab Bock. Ich hab mir gerade warm gelaufen. Ich auch. Wir haben alle Bock. Los geht's. Guten Morgen. Heute ist Tag drei. Heute stehen zwei Etappen an. Wir haben die erste schon hinter uns gebracht. Wir sind jetzt wieder auf der Hanauerhütte. Und das war der erste Teil der Etappe. Der zweite Teil der Etappe ist jetzt zur Steinseehütte. Wir sind jetzt knapp auf 2000 Meter. Und da oben müssen wir jetzt drüber. Das dort, das ist die östliche Dremelscharte. Und das da hinten. Hier durch. Was man jetzt auch im Nebel schlechter kennen kann. Aber da wo die größere Eisfläche ist, das ist die westliche. Und der Wanderweg führt einmal um diesen Berg herum, dessen Spitze jetzt komplett im Nebel verschwunden ist. So muss das sein. Ich lieb's. Ich weiß nicht, ob man's sieht. Aber meine Kappe ist durch und tropft. Also der Mock ist real. Also zwischendurch pfeift hier der Wind ganz schön. Und wenn man dann halt komplett nass geschwitzt ist, ist das sehr unangenehm. Und es wird alles steiler und steiler. Ja, wir sind jetzt auf halbem Weg ca. zur Steinseehütte. Panorama könnt ihr ja sehen. Mega geil. Wir werden uns gleich mal ein windgeschütztes Fleckchen suchen und ein bisschen was essen. Und dann geht's weiter. Wetter ist ausbaufähig, sag ich mal. Krass. Underaивать. müssen wir gleich mal ein bisschen was haben. Wir werden uns zum, älte ist. So, jetzt machen wir erstmal Mittagspause, so was dickes angezogen, damit wir uns nicht erkälten. Und dann haben wir uns gestern nochmal schön eingedeckt mit ein bisschen Essen. Erstmal gibt es natürlich das gute alte Schüttelbrot, Bärkäse und ein paar schöne Fleischpeitschen. Planänderung, wir steigen nur ein Stück ab. So wie es aussieht, geht es genauso beschissen weiter. Wir haben hier überall Schnee, müssen jetzt wahrscheinlich da oben drum rum. Und dann, wenn ich das richtig beurteilen kann, geht da hinten einen Weg lang und müssen da oben über den Kamm drüber. Scheiße ey! Das Problem ist, wir sind hier außerhalb der Saison. Und dazu kommt noch, dass teilweise der Weg hier durch die Schneeflächen, die ihr eben gesehen habt, komplett zu ist. Und wir uns dann halt immer eine Alternativroute suchen müssen, die halt nicht so ungefährlich ist. Und wenn ich mir das jetzt hier oben angucke, da sind halt auch noch viele Eisflächen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir da keine Alternativroute finden. Und wenn das der Fall sein sollte, kann es passieren, dass wir umdrehen müssen. Aber wir lassen uns mal überraschen. Es gibt hier diese Drahtseile. Den werden wir jetzt mal probieren. Hier oben, entlang der Felswand, durch den Schnee, da oben durch dieses kleine Händelstück durchzukommen. Wir haben wieder das komplette Klettersteigseit angezogen und versuchen jetzt mal unser Glück. Es ist normalerweise ein Klettersteig. Ja, wo es da oben drüber geht. Der Klettersteig geht da entlang. Wir stehen hier auf einer Meter hohen Eis- oder Schneefläche. Mir fehlen schon die Worte, weil es einfach so anstrengend ist. Krank. Aber jetzt geht es durch. Und da geht es jetzt runter. Das ist unser Abstieg. Und da geht es jetzt runter. Wir haben das eben gerade noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben es Anfang Juni. Ja, das ist für diesen Weg eigentlich viel zu früh. Ja, da oben war keine Ahnung wie viele Meter dicke Schneedecke. Und vor uns war da noch keiner gewesen. Da waren keine Fußsprungen, gar nichts. Das Drahtseil, das war teilweise zwei Meter unter der Schneedecke eingegraben. Und ja, also ich empfehle keinem, das Anfang Juni zu machen. Und ganz besonders nicht, wenn noch Schnee liegt. Aber wenn der Schnee weg ist, dann müsst ihr die Tour unbedingt machen. Weil dieser Ausblick ist einfach unbezahlbar. Wir müssten eigentlich gleich bei der Steinseehütte sein. So, das ist unser Nachtlager für heute in der Steinseehütte. Alle erst mal frisch geduscht. Und gleich gibt es erst mal schön Abendessen. Und Bier. Und Bier. Daniel, was machst du? So, geiles Abendessen gehabt. Käsepressknödel mit Sauerkraut. Karspressknödel. 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 Dumm Kopf. Sorry. Wir liegen jetzt im Bett. Wir sind alle komplett platt. Komm in meinen Armen. Morgen zwischen 7 und 8 Uhr Frühstück. Und dann kommt der Abstieg. Ja Leute, krasser Tag gewesen auf jeden Fall. Ich wünsche euch erst mal eine gute Nacht. Wer von euch Schweinen hat eben gerade gefurzt? Entschuldigung. Wessen Trompete war das? Mir war's. Mir war's. Wieso ist das so hell? Wunderschönen guten Morgen. Heute geht's an den Abstieg. Eben gerade richtig gut gefrühstückt. Ganz entspannt fertig gemacht. Jetzt sind wir wieder unterwegs. Wir haben auf jeden Fall Kaiserwetter heute. Kaum eine Wolke am Himmel. Es ist relativ warm. Und jetzt denke ich mal so 11-12 Grad. Ist für die Wanderung eigentlich perfekt. Morgens der erste Aufstieg ist immer am schwierigsten. Dass wir die ganze Muskulatur warm kriegen. Den Puls hoch. Den Muskelkater von gestern rauslaufen. Aber so nach einer Stunde. Wenn man ein bisschen in Bewegung ist. Dann geht's eigentlich wieder. Aber es strengt auf jeden Fall ordentlich an. Wir müssen hier da zwischen den Felsen durch. Jetzt heißt's über die Scharte drüber. Die Jungs machen sich schon fertig. Handschuhe an. Das Klettersteigset verzichten wir heute mal. Wir gehen das erst mal so. Heute ist es gerade ein kleines Problem aufgetreten. Ich mach mal meinen Schuh an. Da ist die Sohle einfach fast komplett ab. Und in dem Gelände in dem wir uns gerade bewegen. Das ist irgendwie dann so gar nicht cool. Zumindest passt die Aussicht. Wir haben's hoch geschafft. Die Sohle hat noch gehalten. Da runter müssen wir jetzt. Schauen wir mal. Es bleibt spannend. Noch hält die Sohle. Wenn die weg ist, wird's scheiße. Jetzt geht's wieder über den Schnee. Das Wichtigste ist, dass wir hier nicht wegrutschen. Die Sohle hat sich verabschiedet. Ja, auf dem Gelände. Richtig schön hier. Mit einem Bachlauf hier neben dran. Besser geht nicht. So, wir sind jetzt wieder auf der Hanauer Hütte angekommen. Die Hälfte vom Abstieg ist geschafft. Wir sind gestern hier drüber. Ja, und sind heute von da gekommen. Falls ihr auch mal Bock habt, diese Tour zu machen. Dann setze ich euch die Tourbeschreibung unten in die Videobeschreibung. Und da wir heute keinen Stress mehr haben, haben wir es uns jetzt hier erstmal gemütlich gemacht auf der Hanauer Hütte. Genießen das Kaiserwetter und gönnen uns erstmal einen Schluck. So, wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach unten. Freunde, die Tour ist leider schon wieder vorbei. Wir haben ungefähr 30 Kilometer gemacht die letzten beiden Tage. Ungefähr 2600 Höhenmeter. War auf jeden Fall eine feine Geschichte. Ja, die Schuhe haben es leider nicht überlebt. Wir sind gerade wieder auf dem Weg nach Deutschland. Haben nochmal kurz gehalten in Brege in seinem Bodensee. Lassen den Tag hier nochmal schön ausklingen. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und für mich geht es nächste Woche erstmal nach Schottland für eine kleine Wohnmobiltour. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Bis dann!